Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Skyfactory. Mich nervt ein bisschen, dass hier die Kühe rumstehen. Hier ist ein Saustall hier, also mit Kühen. Deshalb dachte ich mir, ich baue jetzt so... Was ist denn die Mitte? Hier nicht. Ich baue jetzt so... 3, 4, 6, 8, 10. Was? Habe ich da eine gerade Anzahl? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, toll. Toll, immer gerade. 2, 4, 6. Ich dachte, Tiere haben wir eigentlich gar keine. Da könnte man mal was dafür tun, dass wir Tierchen kriegen. Zwei noch. Achso, ich sollte hier natürlich eventuell, wäre ganz geschickt, wenn ich da auch irgendwie eine Rundung reinbringen würde. Aber ich weiß noch gar nicht, wie weit ich das mache. Aber ich weiß noch gar nicht, wie weit ich das mache. Dann auch eine Rundung reinbringen zu können. Einen Dings habe ich auch nicht. So ein Builders-Wand. Sollte ich mir auch noch einen machen. Und so ein 2, 2, 2, 2, so haben wir es da, glaube ich. Exakt. Und wie breit ist das hier? 3, 6, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ähm. So. Zwei. Ja, so. So ist das korrekt. Ne. Ich habe mir jetzt einmal wieder irgendwas ausgedacht, was ich bauen kann. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber das ist ja alles sowieso bei Minecraft in Frage gestellt. Was Sinn oder Unsinn ist. Weil wir bauen ja einfach, damit wir Spaß haben. Hä? Habe ich denn verfehlt? Also noch einer. Tschö! Hallo? Ja, wusste ich doch. Wusste ich doch, dass du aufgibst. So, ähm... Zwei... Vier... Sechs... Sechs, äh... Komm springen, ja tschüss. Ja, komm springen, tschüss. Äh, seh... Na, eins zu viel. Verdammt, jagst. So, so... Dann so... Neun... Lol, was bist denn du für einer? Wie heißt denn du? Edirukus, tschüss. Und du? Warum legt das? Ähm... Habe ich hier wirklich neun? Sechs, acht, neun... Ja, haben wir. Oh, ich liebe es zu bauen. Ihr wisst es ja bei mir. Macht es mir... Macht mir jetzt gleich ein bisschen mehr Spaß. Und da habe ich dann auch was zu tun, ja? Nicht so wie die letzte Woche, wo ich dann einfach wieder doof durch die Gegend renne und sage, äh, was mache ich denn? So, gut. Geh weg. Was willst denn du hier? Pertagel! So. So. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir eigentlich... Was ist denn das Zeug? Was soll denn das? Wächter mit, wächter mit. So, jetzt brauchen wir eigentlich so ein Bild aus One. Dazu brauchen wir... Ach, warte mal, wir haben doch einen E-Zugriff. Wir haben doch den E-Zugriff. Ähm, wo will der... Fender? Wann habe ich da kein Crafting-Feld? Hä? Okay, dann nimm mal halt ein Bier. Da ist doch noch einer. Nimm mal den raus. Dann verbraucht er schon weniger Platz hier. Und da war irgendwo... Hatte ich doch... Da war er. Ich wusste doch, ich hab ihn. Ähm. So, so, und so. Ja, wollo. Ja, wie immer, zwei Blöcke tief. Es ist gleich. Ja. Ah, das ist das Geile an dem Bild. Es wurden einmal geklickt und alles drumherum schon fertig. Ach, saugeil. Ihr fällt mir. Ihr habt nicht... Nicht... Dort ist... Dort ist nahe es. Äh, ich will hier kein Steinboot machen. Booten. Boat denn? Nicht Boot. Boat. So, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann hätte ich nämlich ein paar Blöcke, die ich wegmachen. Nein. Nein, kein Stein mehr. Äh, Stone. Ständer. Ständer. Mosse Stonebreak. Ständer. Ah, okay. Wir können Steine herstellen. Die Mosse, die Mosse, gehen gar nicht. Und das passt schon mal. Oh, das passt schon mal. Ja. Warum hat der hier... Das war ich ja selber. es wird schon ein teil aus stein sein der boden auch nicht alles nicht so viel und ich will so eine kennt ihr die die schwedischen häuser kennedy also wenn ich dann werde das bald kennenlernen wo war das jetzt zwei frei hier oder ist ein bisschen arg groß so oder so ich glaube das reicht schon für so eine kleine schafszucht oder sowas da reicht das ja heute ohne macfisto einfach mal so ein bisschen mal wieder bauen wir haben auch schon überlegt was wir wie lange wir skyblock machen oder so ja ich sag mal so richtig entschieden haben wir uns noch nicht aber es ist uns so was im kopf wollen 114 k wolle ok ähm 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 red red rose warum kann ich hier eigentlich nicht kraften finde ich doof wohl wohl ich kann rote wolle kraft dann macht man das doch 100 zack starten gut ging ja einfacher wie gedacht ich dachte ich müsste jetzt hier extra selber machen ähm und schon haben wir ein Problem weil wir machen es wir machen es kleiner warte mit dem Messer geht es einfacher du schwärbst nicht mit dem Messer du bist denn du für einer mit dem Messer geht es einfacher hei 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 erzähl mal jemand du machst mit dem Schwert äh mit dem Messer machst du irgendwas das muss erstmal gucken ob das gut aussieht ne tut es nicht tut es nicht du haben wir wieder kaputt gemacht so und dann müssen wir uns eben was anderes einfallen lassen dann machen wir das ähm nein so so und so dann machen wir das so wie in ähm ah in Minecraft Projekt Minecraft Projekt hieß das genau ich habe schon so viele verschiedene Dinge oh jetzt hatte ich ein bisschen lecker so viele verschiedene Dinge angefangen dass ich manchmal nicht mehr genau weiß was was war so soo 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 sieht das ein bisschen besser aus soo 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 aber aber ja gut was man hat hat man nicht wahr aber ja gut was man hat hat man 3 rote Wolle kriegen wir eigentlich die roten Farben die Red Rose ja auch wieder irgendein Rezept rein so das wird als erste mit dem Tierhäuschen da kommen ja noch ein zwei andere hin auf jeden Fall mal eins für die Kühe das kommt vielleicht hier so quer hin ein Hühnerstall kommt bestimmt auch noch hin also ich kann mal gerade hier den Kuhstall vielleicht anbauen ja dass ihr wisst wo der hin soll ähm das da ah ist ein bisschen eng der Tal gehen wir bis hier so ist schon besser genau und das wird man in der nächsten Folge auf jeden Fall fertig bauen denke ich oder zumindest fast fertig wir werden jetzt bis zur nächsten Folge nicht weiter bauen weil sonst weiß ich da wieder nicht was ich machen soll aber denkt bitte dran da sind wir in die in die Kommentare schreibt was sind wir Quisto und ich machen sollen sonst sind wir immer so verloren weil irgendwie also ich finde dieses Projekt hier ist fand ich cool der Anfang vor allem ja aus dem Nichts eben ja aus dem Nichts eben ja aus dem Nichts was aufzubauen das war sehr geil aber ja wie so Projekte halt sind irgendwann verlieren sie den Reiz und das ist halt jetzt hier irgendwie so wir haben alles gut erreicht ja wir haben Fabriken alle Ressourcen die wir brauchen einen Haufen Nahrung ähm und deshalb haben wir keinen Torch warum kann ich da kein Tee eingeben was machen die denn hier ähm na hier wow was ist denn da los ist das Leck total so ich setze jetzt noch ein paar Fackeln und dann war es das aber auch ähm ja ja sterbt 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 oh hallo oh nein Creeper oh was ist denn das hier ja komm fall runter ach mensch dann hau ich euch halt noch alle dass sie dass die Creeper immer alles kaputt machen müssen was war mit kaputt machen ey Mann ey Mann leck mich doch kreuzweise haaah sorry für die vulgärsprache bitte nicht eure Mami und Papi sagen ich dürfte nämlich keine YouTube Videos mehr gucken so dann machen die einfach wieder alles kaputt was ich gerade erst aufgebaut hab und weißt die machen das ja nicht so dass ich die ressourcen weiter nutzen kann nee die zerstören die wirklich so jetzt warum ist da noch ein Creeper druckst du F7 siehst du so so ich glaube jetzt habe ich alles ausgeleuchtet und die Folge ist auch am Ende aufgrund von dem schnellen Internet ist es saugeil kann ich jetzt wirklich zeitnah aufnehmen und auch hochladen supergeil auch wenn es so lange gedauert hat aber egal was soll's vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal ciao Minecraft